Ja! Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Hier war da noch irgendwo einer, der ist weggerannt. Fuck! Was war das denn? Hier ist mit! Zum Teufel! Hat uns da gerade was getroffen? Tempo zur Luftschleusel! Johnny! Scheiße! Sie benutzen die luftschleusende Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Ha! Ja, was anderes kann man einfach nichts zu sagen. Fuck! Fuck! Oh! Ähm. Hab's mir überlegt. Ich geh wieder. Oh, wo war denn das? Ich drück dauernd auf die Bumper rum, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich kann jetzt rennen damit. Dabei kann ich das nicht. Das ist so ungewohnt. Kannst du dieность? Nochmal. Oh Gott! Geil, 4 Plasma-Granaten. Okay, nichts. Ah, ich kann eh nur 4 aufnehmen. Habe ich noch Splitter-Granaten? Ich weiß nicht, wie man wechseln kann. Hier? Nein. Ich weiß nicht, wie man wechselt. Fuck! Komm schon. Ach man, ich war gerade... Oh. Ich weiß nicht, wie man wechselt. 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 Oh, schade. Schade. Ich weiß nicht, wie man wechselt. ja genau dass das was richtig das war richtig gut glaube ich habe mit keiner granate irgendwie was getroffen also das war eine backpfeife ja kommen wieder die scheiße machen was ist denn gerade los muss ich von nahen übrigens bekämpfen mit der waffe zumindest von recht nah weil die ziemlich streut gerade bei solchen gegnern die viel aushalten ist die waffe hier auf jeden fall besser und wie habe ich das vorher besser auf die reihe bekommen ich wusste ich wusste es machen verrägt doch einfach alle ja 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 j intenso alles immer so aus der kanade zu machen brauche ich ja später noch Was? Verreckt doch man, was geht bei dir? Ich brauche ein anderes Gewehr Jetzt ohne Scheiß, die respawned Was geht bei dir? 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 Schön, dass du mich besuchen kommst Natürlich Wäre ich auch zu einfach gewesen Was geht bei dir? Was geht bei dir?